herzlich willkommen meine damen und herren bei den rabbit news am sonntag das war quasi die woche der openings wir haben so viele sachen geöffnet im real life und auch online leute leute das sind ordentliche news ich kann nur fünf reinpacken rechts oben erscheint eine infokarte bei jedem video einfach drauf drücken und sie kommen direkt zum video auf der endcard sind natürlich auch weitere videos verlinkt so dass sie einfach nichts mehr verpassen in dieser woche bei den news am sonntag und mir ist eins aufgefallen bei dem heutigen dragon ball video das erscheinen wird mein mikro ist leider im arsch es knistert zwischendurch es tut mir sehr leid ich hoffe sie können das trotzdem genießen später sehen sie auch noch einen spoiler hier in der folge zum heutigen open beginnen wir aber mal mit einem booster opening wir haben in dragon ball super card game wieder booster geöffnet und zwar vom turnier der kraft vom tournament of power 8 geile booster wenn ich es richtig erinnert habe und hier mal ein kleiner ausschnitt die karten sind einfach so gut aus wir haben eine normale holo karte gezogen und die wäre dahinter ist leider wirklich nur eine rare aber ein wunderschöner free the final form mit dem heiligen schein aus der hölle gekommen 20.000 attack wie gesagt auch wenn das nur karten sind leute sie sind einfach nur wunder wunderschön wir werden in Zukunft auch weitere booster noch öffnen von dragon ball super ich bin hart mit den shops am reden sie haben aber lieferschwierigkeiten mit den neuen editionen sie haben ganz viel bestellt und noch gar nichts bekommen ist ein bisschen schwierig anscheinend mit dragon ball super aber wir werden hier auf jeden fall bald ein display öffnen aber wovon wir wieder was geiles geöffnet haben ist von pokemon kartenspiel von majestät der drachen kam eine elite trainer box mit zehn booster darin und noch viel mehr geil ein scheiß hier ein genausschnitt vom pokemon real life open erst mal die promo karte die ich noch eingepackt lasse ja lass dich erst mal drin und weil da ist ja schon mal ein bisschen geschützt da brauchen wir keine hüllen und so weiter und das ist agoyon gx sieht ziemlich cool aus deinem richtig böse dann gab es noch heftige news in dragonmon set was ist dragonmon set eine mischung aus pokemon und dragon ball vereint in einem spiel das ist einfach nur geil das ist sozusagen eine mod eine rom mod wie auch immer das nennen will auf dem spiel pokémon feuerrot mit dragonball helden und wir haben zwei geile helden gefangen diese woche wir haben jetzt ein krasseres team hier ein genausschnitt von die von der letzten dragonmon folge heute erscheint schon die nächste um 14 uhr verpassen sie es nicht schauen sie rein bei dragonmon set wo sind dann nur noch mitnehmen also hier gibt es cooler gibt es ja auch frieze ist die frage ja Leute Wir haben nun zwei neue teammitglieder freezer und cooler ich hoffe der überlebt auch das max max enco Das heißt wir werden die zwei brüder vereinen in unserem pokemon team Leute, freeze und cooler fangen was ne geile folge aber wir haben nicht nur pokemon geöffnet nicht nur dragonball geöffnet nicht nur dokan battle gestern geöffnet war auch mega geil es war sehr erfolgreich wenn ihr lust auf dokan battle habt schaut das gestrige opening an es war wirklich erfolgreich immer wenn ich ein opening mache ziehe ich krassen geilen scheiß aber was haben wir diesmal geöffnet und zwar yu-gi-oh booster packs im spiel duel links zur feier des einjährigen jubiläums stand zu müssen so in der app ich weiß gar nicht wie lange das spiel schon gibt und das war auch sehr erfolgreiches opening und darin habe ich euch gefragt ob ihr auch einmal ein real life yu-gi-oh display opening sehen wollt bis jetzt sieht es aus ja man macht gerne mit bei der abstimmung sozusagen noch beim yu-gi-oh video einfach reingehen und darin habe ich gefragt ob ihr ein real life booster opening sehen wollt von yu-gi-oh karten einfach das video liken ich glaube das einfachste was mir eingefallen ist und dann hier mal gerne ausschnitt vom yu-gi-oh booster online gewalt den wandler noch eine verstärkung und ja da ist der erste schweigs oder magier perfekt ich liebe diese karten mit denen will ich spielen leute 3 kuribus ist das ein zeichen ich habe echt noch nie was aufgemacht im spiel das sieht auch verdammt cool aus neben mir gerade da ist was krasses drin yu-gi und zu guter letzt spoiler alarm heute kommt ein dragon ball legends opening wie versprochen wir ziehen 5000 zeitkristalle also wir benutzen 5000 zeitkristalle und ziehen hoffentlich geile helden ich kann schon mal spoilern ich bin hart am leveln ein kleiner ausschnitt hier die folge erscheint so wahrscheinlich 15 uhr 30 16 uhr heute also nach dragonborn z kommt das dragon ball legends opening hier ein kleiner ausschnitt neue sparking helden schaut das video von gestern an wenn ihr nicht wisst was ich meine echt wichtig leute kostenlose sparking wir besiegen freezer wir kriegen noch eine sparking am ende lasst es bitte nicht piccolo sein den haben wir schon ich hoffe die news konnte ich diese woche gut zusammenfassen und sie haben richtig richtig hart bock auf die ganzen videos wie gesagt heute ist sonntag holen sie also ruhig alles nach was sie verpasst haben und was sie sehen wollen niemand ist gezwungen irgendwas anzusehen aber ich denke da dieser youtube-kanal wirklich wirklich sehr auf die community eingeht und wir hier nichts spielen worauf ihr keinen bock habt so wie andere youtube kanäle was einfach irgendwie display anfangen weil sie es wollen und dann 100 folgen machen obwohl es gar keiner sehen will das ist hier nicht der fall das hier ist sozusagen ein community youtube kanal wir machen das ganze gemeinsam also lasst ein abo da werde teil dieser geilen community und verpasst nichts mehr in den krassesten games ich bin auch wirklich sehr hart daran schreibe auch e-mails mit bandanamco wir wollen einen beta key für jumpforce im oktober eben wir können aber leider nur beten ob es funktioniert oder drückt die daumen dass wir jumpforce beta keys kriegen dann gibt es videos von jumpforce im oktober und streams heute ich hoffe ihr seid dafür bereit also lassen aber das zeit sich aus viel spaß schönen sonntag noch haut rein und